Ja, Hello Roots, Willkommen zu einer neuen Folge Hippie Wheels. Heute, mit ganz tollen Leveln, die erst seit, ich schätze mal, 24 Stunden existieren und am meisten gespielt wurden. So, ja, Pizza, 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 but not the whole trick for the world, okay. Dann funken wir mal an. Das sieht schon mal nicht so toll aus, weil ich habe das Gefühl, hier gleich rausfallen zu können, müssen. Nein! Oh Mann. Ja, ihr habt ja schon gestern gesehen, ich habe das zwar auch als Kommentar geschrieben, aber keiner liest da meine Kommentare. Jeden Tag kommentiere ich meine eigenen Videos, aber nie guckt die eine an. Auf jeden Fall habe ich gestern bei dem 18.30 Uhr Minigraft Leben Part geschrieben, dass ich den Enderdrachen nochmal besiegt habe. Oh, geil, ich habe es direkt geschafft. Ich bin auf der Fenster. Ähm, der Germi hatte wohl meinen Part gesehen und dachte sich dann, oh, ich habe hier gerade das Ende gefunden, ich teile ihm das mal mit. Weil er dachte, ich wäre da noch nicht gewesen. Das wurde ja in zwei Parts gesplittet. Und, ja, zu dem Zeitpunkt war der Part halt noch nicht on. Heißt also, bevor überhaupt der erste Enderdrache online tot war, habe ich schon den, oh, den zweiten getötet. Äh, aua, das darf ich, ey. Aber ich habe es echt geschafft. Also ich wollte gerade eigentlich schon zurückspulen, resetten, weil ich dachte, ich habe eh keine Hände mehr. Aber anscheinend hing da doch noch ein Fetzen. Coole Sache. Äh, Pazabelle Prozent. Affen. Ja, der ist tot, das passt zu mir. Oh nein, oh nein. Ach, der ist immun dagegen, okay. Äh. Hä? Was hat das mit Affen zu tun? Ach, ich verstehe es nicht. War ich da gerade schon drin? War das das? Oder habe ich das jetzt übersprungen? Habe ich einfach übersprungen? Ich Arschloch. Äh, Pazabelle, null Prozent. Ja, null Prozent, genau. Obwohl, Moment. Impossible, null Prozent heißt da eigentlich, es ist super einfach machbar. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. The device. Helfen. Lowe. Okay. Ich denke mal, ich muss hier rein. Oh, dann drücke ich das weg. Hä? Loll, ich muss das timen oder Sekunde. Okay. Das war ja so schlecht und dumm. Aber irgendwann schaffe ich das. Ich knall jetzt einfach mal rein. Oh, das ist so timen. Ja, guck mal. Klappt direkt. Direkt. Oh, ein Fahrstuhl. Hä? Ist nicht dein Ernst. Oh, schön. Ah, so geht's. Und. Gah. Ah, ja, das geht. Ach, guck mal. Da sind jetzt überall so Knöpfe. Geil. Was bringt das? Ah. Und jetzt? Fährt das jetzt hoch? Hä? Ach so. Ach so. Ja, cool. Also das hab ich so auch noch nicht gesehen. Könnte man bestimmt einige tolle Sachen mitmachen. Problem City. Aber jetzt gibt's ja keine Probleme mehr. Das kommt super mal an. Solving Color. Problem Color. Loser Color. Oh, ja. Oh, er bewegt sich so. Was ist denn hier? Hä? Okay. Ein bisschen Speed. Und dann. Oh, oh. I'll hurt you right now. Oh, solve your problem by jubile to the passages. Now grab these coins from the people you have. Das war's wieder. Ach man, Leute. Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Rob B. Pogo Fight. Okay. It's the match. Oh. Was bringt der Ball? Wisst ihr? Ich hab's gesehen. Aber ich dachte mir. Ach komm, ich. Ich bin tot. Ach komm, ich schaff's eh, das irgendwie wegzukicken. Kicken. Sah cool aus. Mann. Ja. 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 Hab's da schafft. Äh. Genau so. Oh. Gefährlich. Gefährlich. Ja. Ich war durch oder ich hab's geschafft. Ich glaube sogar, ich kann da drüber springen. Und. Komm, 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 komm. Naja. Immerhin. Ist jetzt erstmal aufgeräumt. Weggekickt. Oh, 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 oh. Oh. Nein. Ja, geil. Ja, geil. Was war das denn? Das war aber auch echt extrem dumm von mir. Ja. Perfekt. Perfekt in mich reingerutscht. Geil. Genauso wie jetzt. Oh. Ah. Cool. Und. Oh. Ja. Und. Ich spiel's mich selber auf. Ja, ich bin frei. Okay. Nein. Nein. Es wird natürlich ein bisschen einfacher gehen, indem ich einfach. Oh, Gott. Indem ich einfach das Auto erstmal wegfallen lasse. Oh. Aber. Das. 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 Ich krieg einfach aber alles weg. Was ist los? Ist das mein Blut? Ist das sein Blut? Ich weiß es nicht. Und. Go. Und. Ja. So wie das nix. Öh. Und. Öh. Wett damit. Ja. Hä? Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Genau. Ja. Ja. Genau. Ah. Dat. 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 Oh. Ich bin tot. Schade. Warum stirbt ihr denn da dran? Ha. Ich hätte das überlebt. Äh. Oh nein. Erkriegt. Ah. Schürfe. Oh. Ich hab nur noch die Axt. Komm. Nein. Und es dreht sich noch auf mich drauf. Oh. Geil. Okay. Okay. Damit kann ich leben. Boah. Perfekt. Alter Falter. Geil. Guck mal. Die haben auch alle Schmerzen, ne? Warum, frage ich mich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Okay. Au. Komm schon. Ja. Ja. Geil. Und. Ja. 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 Da ist ja noch ein Auto. Oh. Stimmt. Oh nee. Aber. Vielleicht. Schafft es mein Körper doch noch. Ja. Guck mal. Eigentlich hätte ich es geschafft. Wenn ich noch leben würde. Naja. Das Poli habe ich öfter. Superman. Ja. Cool. Cool. Das Spiel. Ach so. Und. Oh. Oh. Ich bin shit. Ich war aber so schlecht, dass ich mich persönlich in die Kategorie schaffe. heißer in Ordnung kann. Au. Ja. Geil. Perfekt. Komm halt dich fest. Halte ich mich gerade fest? Ich glaube nämlich schon. Ja. Ich hätte mich aber festgehalten. Ja. Ich bin bei 30 FPS. und 81 82 AB. Cool. Oh man. Egal. Äh. Ich sollte eventuell ein bisschen länger warten. Hey. Zum Ball rollen. Zum Ball. Zum Ball. Zum Ball. Boah. Als ob ich das jetzt nicht schaffen würde. Ja. Ich bin drüber geflogen. Weil ich so weit geklatscht bin. Oh ja. Ich bin der Pro. Das muss man erst mal schaffen. Ah. Nicht bewegen. Okay. Das kann ich. Dann kann ich ja was trinken. Äh. Ich hab Wasser hier Leute. Wasser. In einer Flasche. Von keiner viel. Aber so ein Kranwasser. Oh ja. So geil. Hatte der Stormmove echt verkackt? Okay. Sekunde. Ich hab mich nicht bewegt. Soweit ich wüsste. Ja. Ja. Eine Kanone. Ja. Tip top. Hey. Der hat's einfach verkackt. Don't. Ja. Don't move. Okay. Okay. Äh. Headless. Der erste. Das erste. Die erste. Oh. Don't move. Ah. Ja. Ach so. Ach so. Ich dachte schon. Will da zurück? Und. Äh. Sieht einfach schön aus. Ich find das richtig exotisch. Okay. Okay. Ich denke. Ich werde abgeballert. Oder? Das kann's doch nicht sein. Da rät zwar eine. Hä? Hä? Was läuft denn falsch mit den Don't Move Leveln? Ich mache gar nichts. Ich habe die Tastatur nicht in der Hand. Ich kann mich dagegen auch nicht wehren. Ne. Ich hänge die einfach fest. Schade. Okay. Okay. Dann nicht. Better survive. Oh. Oh. Ja. Dann explodier doch. Mann ey. Sekunde. Vernehmen. Und wegschleudern. Nehmen. Und. Ich will's. Ja toll. So explodiert es nie. Äh. Mann. Okay. Oh. Ah. Schade. Äh. Mann. Warum kann es Timmy denn nie treffen? Oh. Ja. Geil. Komm. Sag ich's. Naja. Also. Ganz. Ähm. Schmerzlos. Bin ich nicht davon gekommen. Die Melonen tun bestimmt trotzdem weh. Ja. Denke ich schon. Santa Madness. Ja. Cool. Da gehen wir rein. Ah. Lass Santa ihn nicht vergewaltigen. Ja. Okay. Okay. Beide tot. Ziel erreicht. Ja. Ich will da rein. Ich will da rein. Oh. Nein. Ich hätte. Oh. Kann ich da noch rein? Hm. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Oh. Nee. 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 Halt dich fest. Mann. Ja. Hi. Das macht viel mehr Spaß. Und ich glaube ich bin. Ja. Ich überlebe es. Santa stützt mich. Oh. Geil. Oh nein. Jetzt stütze mich nicht mehr. Oh oh. Oh oh. Ich bin tot. Aber eventuell. Oh. Eventuell schafft es mein Körper. Nein. Ah. Na egal. Mach mal von vorne. Oh. Ziel. Ja. Ziel erreicht. Okay. Press spacebar. Okay. Geht es so? Achso. Das ist wahrscheinlich auf das. Ja. Auf das Teil bezogen. Okay. Ich soll da eventuell auch gar nicht reinfallen. Sondern einfach nur damit fahren. Also klar. Mir war natürlich klar. Dass man damit fahren kann. Aber ich dachte eigentlich. Das wäre da drin. Vielleicht ein bisschen sicherer. Oh. Es ist eigentlich egal was ich mache. Ich. Schaffe es immer. Ja. Ja das. Äh. Boah. Gut. Gut. Kann schon nicht mehr weiterfahren. Weil ich keine Arme mehr habe. Nice. Ja. Santa. Ja okay. Santa ist auch tot. The fuck. Aber ich habe ihn sofort erlöst. Cool. Okay. Jetzt vielleicht. Ja. Ja komm. Ich schaffe das jetzt. Ich schaffe das jetzt. Halt dich. Halt dich. Ich war fest. Ich war fester. Nee. Oh nein. Oh nein. Obwohl die tackern mich da noch ein bisschen fester. Und das ist gut. Oh. 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 Nee. 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 Das war's. Still alive. Okay. Das war's. Das muss es ja gewesen sein. Ich töte den hier. Spieße den auf. Und dann ist es vorbei. Ich könnte mich natürlich noch irgendwie selber töten. Aber ich glaube das wird nichts mehr. Weil. Das Teil da festhängt. Komm. Ja. Sehr gut. Okay. Hey. Ja. Lol. Lol. Go right. Es geht davon noch weiter. Ich dachte echt da wäre Ende. Hä? Ich komme da nicht durch. Muss jetzt. Ich glaube ich muss warten. Ah. Jetzt. Victory. Alter. Was für ein komisches Level. Ein richtig komisches Level. Oh. Inside the Box. Das habe ich immer gerne gespielt. Warum darf ich mir einen Char auswählen? Suchen? Hä? Das verstehe ich nie. Ich meine okay. Hier kann man das vielleicht machen. Aber. Eigentlich. Ist es auch wurscht. Wenn man so ein Talent hat wie ich. Dann. Ja. Da ist das kein Problem für. 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 Jemanden. Mann. Komm. Sag ich das. Mäuch hier nur scheiße. Äh. Oh. Gott sei Dank. Ja. Ich habe es geschafft Leute. Ich habe es einfach geschafft. Und ich würde auch sagen. Das war es hier mit dem Part. Wenn ihr dann bewerten werdet. Wir sehen uns heute um 16.30 Uhr. Bei einem Video. Was ich ungefähr 10 Stunden hochladen musste. Weil die Bitrate davon so. Hoch eingestellt werden musste. Ja. Guckt das dann aber auch bitte in 1080p. Also. Das hat. Sehr 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 lang gedauert. Bis dann Leute. Immer bewerten. Tschüss. Gerritage. Boa.